Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine ganz große Persönlichkeit hier, für mich zumindest, ich kenne den Herrn schon über 20 Jahre, er ist der Krebsforscher. An den kommt man nicht drum herum, einfach um eine erweiterte, grössere Sichtweise auf die Dinge zu kriegen. Ich rede von Lothar Hirneisen, wir legen auch gleich los, bleiben Sie dran und dann geht's los. Willkommen zurück und jetzt darf ich Ihnen Lothar Hirneisen zeigen, da ist er nämlich, herzlich willkommen im Studio. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Alexander, wunderbar. Lieber Lothar, erzähl mir mal, du machst das jetzt, glaube ich, 20, 25 Jahre in der Krebsforschung, wo du drin bist. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit dem zu beschäftigen? Naja, eigentlich wie Jungfrau Maria. Ja, also ich war zwar schon im medizinischen Bereich, ich bin Krankenpfleger und habe mal Psychoanalyse ein paar Jahre studiert und habe auch in der Psychoanalyse gearbeitet. Aber ich bin dann ausgestiegen, irgendwann mal, Neudeutsch nennt man das heute ja Burnout. Ich habe damals gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf psychisch Kranke. Bin ausgestiegen und bin eigentlich reingekommen, nur in Anführungsstrichen, weil ein Freund von mir ein Rezidiv hatte, ein Krebsrezidiv hatte. Wir haben zusammen Handball gespielt, er ist dann gestorben. Und in dieser Zeit, die wenigen Monate bevor er starb, habe ich mich mit dem Thema Krebs beschäftigt. Das kam einfach daher, ich hatte damals eine Firma, die hatte ich verkauft. Ich hatte Zeit und konnte mich um andere Dinge kümmern. Und so bin ich da reingekommen. Und was ich relativ schnell bemerkt habe, ist, ich glaube, ich habe eine Stärke, das ist meine Logik. Ich kann ziemlich gut strukturieren und Dinge logisch hinterfragen. Und bei Krebs war es dann einfach so, nachdem ich zehn Bücher darüber gelesen hatte, habe ich gemerkt, hoppla, da gibt es unglaublich große Widersprüche. Und mein Leben wurde dann verändert, weil ich Lynn McTaggart kennenlernte. Das ist die Autorin von diesem berühmten Buch, was Ärzte Ihnen nicht erzählen. Und sie hat mich zusammengebracht mit Frank Wievel in Amerika, ist der Präsident von People Against Cancer. Den habe ich dann einfach besucht. Der ist mit mir am Anfang gemeinsam und später bin ich viel alleine einfach gereist. Und weil ich nicht gearbeitet habe, weil ich Zeit hatte, habe ich mich einfach mal in dieses Thema reingekniet. Und ich habe vielleicht ein Ding anders gemacht, wie viele Krebsforscher das machen. Ich bin in Kliniken gegangen und habe die Ärzte gefragt, könnt ihr mir eure Patienten zeigen? Könnt ihr mir eure Dokumente zeigen? Und vor allem, darf ich mit euren Patienten reden? Und zu meiner, ehrlich gesagt, damals persönlichen Verwunderung, haben ganz viele gesagt, ja, bitte kommen Sie doch. Obwohl ich ja nicht angeben konnte, dass ich jetzt irgendein spezieller Doktor wäre oder mich in Onkologie auskennen könnte. Ich konnte nur damit angeben, in Anführungsstrichen, dass ich Vorstand von einer Vereinigung bin, Menschen gegen Krebs damals in Deutschland. Und das hat mich Tür und Tor überall geöffnet. Und dann bin ich da hin und bin auf zwei Jahre sehr viel herumgereist. Und nach einem Jahr ist noch etwas sehr Positives passiert. Eine neue Organisation, eine Stiftung in Washington DC in Amerika, die National Foundation for Alternative Medicine, die wurde damals gegründet von Berkeley Bedell, das ist ein ehemaliger Senator von Iowa. Und der hat mit Bill Clinton, der damals Präsident war, Bill Clinton und Berkeley Bedell sind, ich sage mal, alte Kampffreunde der Demokraten. Und die haben, hauptsächlich aber, Berkeley Bedell hat diese Stiftung gegründet und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ob ich nicht Scout spielen könnte. Ich wusste noch nicht mal, was der Begriff bedeutet im Amerikanischen. Und Scout ist nichts anderes, wie jemand geht hin und macht eine Erstuntersuchung in einem Krankenhaus, ob diese Therapie überhaupt gut ist. Und diesen Job habe ich drei Jahre gemacht, für die Stiftung in Washington. Und ich bin dann auch wirklich, ich weiß nicht, in den unzähligen Ländern gewesen. Am Anfang immer zuerst alleine oder zu zweit waren wir nur. Und wenn ich dann gesehen habe, wow, da macht jemand eine Therapie, die kennt kein Mensch auf dieser Welt. Aber hier gibt es Patienten, die sagen, wir haben das gemacht und wir schauen, wir sind gesund geworden. Ich habe dann im Grunde genommen nur kontrolliert die CT-Bilder angeschaut und die Dokumentation, also dass der Tumor halt auch wirklich weg war. Und wenn ich dann gedacht habe, ja, das ist gut, das ist positiv, dann konnte ich ein Team zusammenstellen, meistens von verschiedenen Ärzten, aber manchmal auch Physiker, Chemiker, Biologen, je nachdem, was ich gebraucht habe. Das hat diese Stiftung in Washington organisiert. Und dann sind wir als Team dorthin gegangen und haben das sauber dokumentiert. Und da hatte ich natürlich ein riesengroßes Glück. Da konnte ich unglaublich viel lernen. Und dann ist mir nach plus minus drei Jahren eigentlich Folgendes aufgefallen, dass die Menschen hauptsächlich drei Dinge gemacht haben. Also diese Final Stage Survivor, also Menschen, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden und wieder gesund geworden sind. Die haben, ich sage mal so, die Hälfte plus minus, hat eine Ernährungsumstellung gemacht. Die haben viele Entgiftungsmaßnahmen getroffen. Das ist plus minus die Hälfte auf jeden Fall. Aber was jeder gemacht hat, ist, was ich heute energetisches Arbeiten einfach nenne. Jeder hat sein Leben angeschaut. Jeder hat mehr oder weniger große Änderungen in seinem Leben vollzogen. Und erst später habe ich gelernt, dass die bewusst oder unbewusst im Grunde genommen Ursachenforschung gemacht haben. Psychisch losgelassen, Themen losgelassen haben. Und da sind wir ja auch schon an der Problematik überhaupt aus meiner Sicht in der Onkologie. Was ist denn überhaupt Krebs? Und da sind einfach zu viele Dogmen da. Und heute ist in der Onkologie einfach aus meiner Sicht der größte Fehler überhaupt, dass, nur mal als Beispiel, in Deutschland bekommen dieses Jahr so plus minus 55.000 Frauen die Diagnose Brustkrebs. Und die Schulmedizin sagt jetzt einfach, alle Frauen haben den gleichen Grund, warum sie diese Erkrankung bekommen. Und nee, das ist es leider nicht. Das wäre einfach schön, wenn es so wäre, sage ich mal. Weil dann könnte man mehr da reingehen. Und der Grund ist halt immer Mutation. Es wird einfach gesagt, da ist eine Mutation. Und wenn man dann die Menschen fragt, aber warum? Warum wird eine sogenannte Liebezelle auf einmal böse? Dann kommt dieses Dogma der Giftstoffe. Also das, was weiß ich, weil du zu viel rauchst, weil du zu viel Schwarzwort isst, weil in unserer Umgebung herum einfach zu viele Giftstoffe sind. Und dann entsteht eine Mutation, also im Zellkern, in den Genen, die man nicht beeinflussen kann. Und deshalb hast du Krebs. Keiner fragt mehr, stimmt das eigentlich? Also ist das korrekt? Weil, wer macht eigentlich die Diagnose Krebs? Das sind die Pathologen. Die übrigens, es ist interessant, immer im Keller sitzen. Also nicht nur wir hier sitzen im Keller, in Anführungszeichen, in diesem schönen Studio, sondern auch die Pathologen sitzen immer im Keller. Und man kann natürlich verstehen, wie die da drauf kommen, dass Krebs was mit einer Mutation zu tun hat. Warum? Weil die das halt immer sehen, wenn sie die Krebszelle anschauen. Also sagen die, okay, ich sehe eine Mutation, immer bei einer Krebszelle, also ist die Mutation verantwortlich für die Krebszelle. Eine logische Schlussfolgerung. Was aber niemand wirklich hinterfragt, ist, wann, zu welchem Zeitpunkt, sehen Pathologen eigentlich eine Mutation? Ganz am Anfang? Wir benutzen ja immer Worte wie Frühsorgeuntersuchung oder so was. Nein, das ist natürlich kompletter Nonsens. Wir sehen einen Tumor erst nach mindestens 30, oftmals erst nach 40 Zellteilungen. Je nachdem, in welchem Organ das im Körper ist, zum Beispiel Lunge oder Blase, sind dann natürlich schon mehrere Jahre vergangen, weil die Zellen sich nämlich gar nicht so oft heilen, wie man sich das oft vorstellt. Bei der Brust habe ich mal gelesen, sieben Jahre muss er schon alt sein, dass man ihn überhaupt spürt. Ja, also sieben Jahre geht man davon aus, hat ein Körper, wenn man mal das Gehirn ausnimmt, also die Nervengewebe, das Hauptsächliche, hat man zum Beispiel den ganzen Körper doch erneuert, auf gut Deutsch gesagt. Aber dein Dünndarm, der ist natürlich nach ein paar Tagen schon fast neu. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich im Körper. Und hier ist die Problematik. Würde man nämlich eine Krebserkrankung früher anschauen, dann würde man sehen, ja hoppla, da ist ja gar keine Mutation vorhanden. Aber was ist vorhanden? Zum Beispiel, dass die Zellmembranspannung erniedrigt ist. Die ist normalerweise so minus 90 Millivolt, sage ich mal, plus minus. Und die geht auf einmal auf minus 60 oder minus 30 sogar runter. Oder man würde sehen, ja hoppla, diese Mitochondrien, das sind so kleine Teilchen, die unsere Energie, also ATP, produzieren. Ja halt mal, die agieren ja ganz anders, weil die lassen keinen Sauerstoff mehr rein. Und die Zelle switcht dann auf ein altes evolutionsbiologisches Programm der sogenannten Gärung. Also Gärung bedeutet für einen Biologen die Verbrennung von Zucker ohne Sauerstoff. Also normalerweise in den Zellen wird der Sauerstoff reingemacht und dann wird die Glucose verbrannt. Bei einer Krebszelle ist das nicht der Fall. Da wird ein Shutdown gemacht, der Sauerstoff kann nicht mehr rein und jetzt findet ein Gärungsstoffwechsel statt. Das ist eine Fermentation. Ja, genau, es ist nichts anderes als eine Fermentation. So wie wenn wir einen Alkohol trinken. Genau das ist es. Und dann, wenn all diese Prozesse stattgefunden haben, dann kommt die Mutation. Also zu sagen, dass die Mutation die Ursache ist, ist definitiv falsch. Es gibt aber klare Beweise, dass die Mutation gar nicht stimmen kann. In drei Minuten kann ich das erklären. Schon Anfang der 70er Jahre haben zwei Forscher, Ilmensee und Stevens in Amerika und kurz darauf noch ein dritter Forscher, Minz heißt der, die haben folgenden Testversuch gemacht. Die haben einfach aus einer gesunden Zelle den Zellkern herausgemacht und haben jetzt aus einer Krebszelle den bösartigen Zellkern in die Zelle hineingemacht. Und dann haben sie das einfach in Mäuse gespritzt. Jetzt haben wir das Milieu wieder. Ein anderes Milieu. Und das hat sich die Krebszelle beeinflusst. Und dann ist Folgendes passiert. Die sind natürlich davon ausgegangen, weil die haben ja diesen bösartigen Zellkern, wo die Mutation drin ist, in die Maus verspritzt. Und dann haben die gewartet und gewartet und was ist passiert? Nichts. Und die haben gedacht, okay gut, das Experiment ist wahrscheinlich schief gelaufen, weil die Gene, die sie da reingespritzt haben, die sind irgendwie abgestorben. Und das war die ursprüngliche Gedanke von Ilmenzi und Stevens. Dann aber haben diese Mäuse Nachkommen bekommen. Und dann waren die Nachkommen, man hat nämlich schwarze und weiße Mäuse genommen, um zu sehen, ob da sich irgendwas verändert. Und dann hatten auf einmal die weißen Mäuse, wenn die jetzt Babys bekommen haben, jetzt war die Haut gecheckt. Also die waren teilweise schwarz-weiß. Also so wusste man, oh, die Gene haben ja doch einen Einfluss gehabt. Aber sie haben eben nicht einen Tumor entwickelt. Aber weißt du, wie entscheidend das ist gerade? Das ist ja ein 200-jähriger Streit zwischen Milieu und Erreger, oder? Absolut. Also ja, da kommen wir absolut zu Pasteur zum Beispiel und solchen Leuten. Und das wurde einfach, ich sage mal, ignoriert. Wie übrigens immer in der Wissenschaft. Sobald etwas kommt, was etwas widerlegt, dann kommt die Technik der Ignoranz, nenne ich das. Das ist unglaublich, was alles ignoriert wird. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, gut, ja. Aber jetzt ist 1988 etwas anderes noch passiert. Ein weiterer Forscher, Schäffer in Amerika, hat das gelesen und hat alle diese Versuche von Stevens, Ilmenzi und Mintz wiederholt mit dem gleichen Ergebnis. Und zur gleichen Zeit, ohne dass die sich kannten, gab es noch einen Forscher, Schei heißt dieser Forscher, in die 88. Der hat auch das wiederholt, aber der ist einen Schritt weiter gegangen. Der hat sich gedacht, ja halt mal, wir könnten eigentlich diesen Versuch umdrehen. Wir machen jetzt mal was ganz anderes. Wir nehmen eine Krebszelle, tun den Kern heraus und tun einen gesunden Kern in diese Krebszelle hinein. Jetzt haben wir eine Krebszelle, aber mit einem gesunden Kern, logischerweise auch ohne Mutationen. Jetzt haben Sie das in Frösche, in Ratten, in Mäuse, was noch, verschiedene Tiere gespritzt. In 97% der Fälle ist ein Tumor entstanden. Also jetzt ist es wirklich Fakt, oder? Jetzt ist es einfach Fakt. Also wie ist es denn möglich, dass ich mit einem gesunden Zellkern, also muss ja der Tumor, kann nicht von der Mutation erzeugt werden, sondern muss, da stehen wir heute immer noch in der Forschung, aus meiner Sicht, spielen die Mitochondri eine große Rolle, aber es könnten auch irgendwelche Ribosomen, irgendwelche, wir wissen es nicht ganz genau, was es wirklich ist. Aber eins ist klar, der Zellkern ist es nicht. Und jetzt kommt, Alexander, das wirklich total Verrückte überhaupt. Das war 1988, als Schäffer und Jay das veröffentlicht hat. Ein Jahr später, 1989, haben Warmhoff und Bischof einen Nobelpreis bekommen für ihre Mutationstheorie. Ein Jahr, nachdem die Mutationstheorie für immer zerlegt wurde. Ist eigentlich peinlich, oder? Ich sage einfach mal, was um Gottes Willen rauchen die in Stockholm beim Nobelpreiskommission? Man muss sich wirklich die Frage stellen. Entweder die haben keine Ahnung, dass es diese Studien gibt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das sind alles intelligente und sehr, sehr gut ausgebildete Menschen in dieser Kommission. Oder aber, die setzen hier ganz bewusst ein Statement. Das Konstrukt wird aufrechterhalten. Das Konstrukt, das Dogma, muss man ja schon sagen, das Dogma wird vollkommen aufrecht gehalten. Und das war, ehrlich gesagt, eine absolute Katastrophe. Aber es passt. Weißt du, auch die ganzen Therapieformen, die wir heute haben, ja aus der Schulmedizin her, ist ja das Milieu noch heute kein Thema. Auch in der Behandlungsweise. Du hast heute ja gesagt, Ernährung war ein wichtiger Punkt für die Leute, psychisch loslassen ein wichtiger Punkt, um wieder gesund zu werden. Aber es ist kein Thema. Es ist kein Thema, weil, also, ich nenne die sogenannte moderne Onkologie eher die Vatikan-Onkologie. Weil hier gibt es einfach Dogmen, denen man hinterherrennt. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich werde manchmal angegangen und werde zu mir gesagt, Mensch Herr Hörnreise, Sie haben nicht mal einen Doktortitel und Sie behaupten, dass alle diese Professoren an den Universitäten falsch liegen. Das sind doch alles hochintelligente, gebildete Menschen. Bezweifle ich mit keiner Sekunde. Ich kenne ja viele Professoren von Universitäten. Alles gebildete, hochintelligente Menschen. Was uns nicht bewusst ist, die werden unglaublich viel belogen. In ihrer Ausbildung, an der Universität, später auf ihren Kongressen, in ihren Lehrbüchern, in ihren sogenannten Fachzeitschriften. Es ist einfach so, es ist wahnsinnig lukrativ, Ärzte zu belügen. Und Ärzte, wenn sie ein normales Medizinstudium durchlaufen, kriegen ein regelrechtes Brainwashing mit. Was da stimmt, also diese ganze Dogmen, da ist ein Riesenproblem. Und jetzt wird einfach gesagt, Mensch Herr Hörnreise, das kann doch nicht sein, dass hunderttausende Professoren sich an den Universitäten irren. Dann sage ich immer, haben Sie vollkommen recht, aber ich möchte Ihnen mal ein Beispiel sagen. Bis, das sind noch nicht mal 20 Jahre her, wenn Sie da ein medizinisches Lehrbuch in die Hand nehmen oder eine Prüfung machen mussten als Medizinstudent, dann steht da drin, der Mensch hat hunderttausend Gene. So, jetzt kam 2003 das Ergebnis des Human Genom Projektes heraus. Und jetzt auf einmal wissen wir, hoppla, eine Banane, eine ganz einfache Banane hat mehr Gene wie ein Mensch. So ein kleiner Floh hat mehr Gene wie ein Mensch. Eine Rose, es gibt eine Rose, also ein Mensch hat irgendwo zwischen 20.000, 25.000 Gene. Es gibt Rosen, die haben über eine Million Gene. Aber eine einfache Banane hat so plus minus 36.000 Gene. Also diese Überlegenheit der Menschheit, die in allen Büchern bis 2003, das sind erst 18 Jahre her, überall in den Lehrbüchern steht. Und was haben alle Professoren eigentlich unterrichtet? Genau das hast du als Medizinstudent das hinterfragt, dann hast du eine 6 bekommen. In der Schweiz ist es umgekehrt, ich weiß, er kriegt eine 1. Wir haben mal ein Wissenschaftler gesagt, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Genau so ist es. Und das ist so ein Beweis, wo ich einfach sage, ja halt mal, da haben sie sich auch alle geirrt. Ich meine, in Deutschland wurden fast 20 Jahre Heroin als Stupfenmittel verkauft. Das war glaube ich auch ein Irrtum. Das war ganz normal. Also die Medizin oder überhaupt die Wissenschaft im Allgemeinen ist ja voll, voller Irrtümer. Und dieses Dogma der Mutation wurde aufrechterhalten. Jetzt geht es aber weiter in der Wissenschaft. 2006 bis 2010 hat man mehrere Studien gemacht. Man hat begonnen, einen sogenannten Krebsatlas zu machen. Also man hat verschiedene Krebsarten, jetzt Brustkrebs, Darmkrebs, Pankreas und so weiter genommen und hat einfach von verschiedenen Patienten das komplette Genom aufgeschlüsselt. Und die Theorie der Mutation ist ja nicht nur, dass da eine Mutation ist, sondern dass das in einer Kette abläuft. Man hat ein sogenanntes Startergen, also das tut diese erste Mutation da alles machen und dann passieren da weitere Schritte bis zum Tumor. Und dass das sich dann schnell teilt und so entsteht dann irgendwann ein Tumor. Jetzt hatten wir 2006 bei damals bei Glioblastomen, das ist eine Gehirnkrebs, hatten wir Gemertroppler. da gibt es ja Tumore, da sind gar keine Mutationen zu finden. Dann hat man Brustkrebs gemacht und anschließend Pankreaskrebs, dann hat man teilweise gefunden gar keine Mutation oder man hat nur die Startermutation gefunden, aber man hat keine Kette gefunden. Und auch da hätte man sagen müssen, Professor Vogelstein und diese Leute, man hätte sagen müssen, hoppla, das lässt sich nicht vereinbaren mit der Mutationstheorie. Ich habe, als ich vor über 20 Jahren begonnen hatte, natürlich einen Heidenrespekt vor diesen intelligenten Professoren und ich war, sage ich mal, sehr demütig und ich habe immer gedacht, Mensch, ich weiß so wenig und die wissen doch alle so viel und was weiß ich was und dann war ich bei einem Arzt in einer Klinik und dann haben wir darüber geredet und dann sagt er, ach Herr Hirnreise, machen Sie doch mal folgendes, fragen Sie doch diese ach so intelligenten Professoren einfach, warum hat das Herz eigentlich keinen Krebs? Machen Sie einfach mal. Weil wenn die, wenn Krebs doch eine Mutation entsteht, dann müssten wir ja Krebs im Herzen haben, dann müssten wir Krebs im Knie haben, müssten wir Krebs im linken Zehen haben, wo eigentlich nie Krebs entsteht. Warum eigentlich nicht? Weil dort sind ja ganz normale Zellen, die haben alle eine DNA, warum mutieren die denn eigentlich nie? Ich kannte damals die Antwort dafür gar nicht. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich einfach mal begonnen, ein paar Ärzte zu fragen und jetzt kam etwas echt Interessantes aus. Es kamen unterschiedliche Antworten. Die einen haben gesagt, ja, Herz kann kein Krebs haben, weil das nimmt keine Glucose auf und Krebszellen brauchen ja Glucose. Heute haben ja PET-Geräte, da können wir ja sehen, dass ein Herz sehr wohl Zucker aufnimmt. Dann haben die anderen gesagt, ja, das liegt an, ich mache das kurz. Es gab hundert verschiedene Antworten. Und dann habe ich relativ schnell verstanden, ja, haupla, wenn die Theorie falsch ist, sind auch die Antworten alle falsch, logischerweise. Ja, weil, warum hat ein Herz keinen Krebs? Das ist relativ einfach. Im Herzen, was ist ein EKG? Also da wird Strom gemessen, wenn das da durchfließt. Und da im Herz immer die überhaupt größte Strommenge in unserem Körper ist, weil das Herz sonst nicht kontraktieren kann, kann dort natürlich keine Krebszelle entstehen, weil die Zellmembranspannung immer hoch ist. So ist es auch die meisten Mitochondrien. und die Mitochondrien natürlich hochaktiv sind. Und die Zellmembranspannung ist aber eine Grundbedingung, dass die sich etwas senkt, damit kein Sauerstoff mehr in die Zelle geht und einen Fermentationsstoff wechselt. Und so lässt sich das auch einfach relativ einfach erklären, warum das im Herzen nicht der Fall ist. Aber mir ging es gar nicht darum, jemand zu sein, der das besser weiß, sondern ich habe dann bemerkt, ja hoppla, da erzählt ja jeder irgendwas anderes. Und jeder konstruiert für sich selber eine Theorie zusammen. Wenn aber die Wissenschaft korrekt wäre, wie 1 und 1 ist 2, dann müssten ja alle das gleiche sagen. Und da habe ich dann vor schon fast 20 Jahren einfach gemerkt, hoppla, hier ist etwas ziemlich schief gelaufen in den letzten Jahren. Und wo stehen wir jetzt heute, 2021? Wir stehen leider immer noch 1989. Die Mutationstheorie ist korrekt. Auch was mit der Mutationstheorie auch einhergeht, ist natürlich, dass die Krebszellen zerstört werden müssen. Es wird einfach behauptet, dass die Krebszelle irreversibel ist, also dass die sich nicht wieder zurückverwandeln kann in eine Gesunde. Jetzt kommen aber zum Beispiel deutsche Professoren wie Professor Ristow von der Universität Jena her zeigen mit Phrataxin also mit einer Aminosäure dass bei Dickdarm Karzinom Zellen dass man die wenn man an dieses Protein oder genauer gesagt die Aminosäure dazu tut dass sich das sehr wohl zurückverwandeln kann. Die Studie ist weit über zehn Jahre alt. Und Professor Ristow ist jetzt ein anerkannter Schulmediziner und der hat aus Versehen etwas gemacht was nicht in das Weltbild der Schulmedizin passt gab es da einen Aufschrei gab es da vielleicht müssen wir die Krebszellen ja gar nicht mehr zerstören vielleicht können wir jetzt auch mal Therapien machen wo diese zuerst Liebezelle in eine Böse und dann wieder in eine Liebezelle bringt das passt nicht in unser Weltbild weil alle Therapien in der Onkologie alle fünf großen also Operation Chemotherapie Bestrahlung Antihormonen und Antikörpertherapien Zelenov 1 ab zu töten man hat irgendwann mal in dieses Weltbild gemacht das war eigentlich schon Mitte des letzten Jahrhunderts weil man hatte 1950 eigentlich nur zwei Krebstherapien oder drei genauer gesagt die zwei schulmedizinischen also Operation und Bestrahlung Chemotherapien gab es noch nicht oder aber über Milieu Veränderungen die Galvanotherapie war auch noch ja ja aber Milieu Veränderungen im Sinne von Ernährungstherapien Entgiftungstherapien und auch mentale Therapien ja so das war der dritte Zweig und dann ist aber Bestrahlung und Chemotherapie aufgrund da konnte man besser und schneller Geld damit verdienen ist das einfach nach oben gegangen und und dann hat man das Dogma der Mutation noch dahinter gelegt und das ist einfach so geblieben obwohl es wie ich ja vorher schon schön erklärte eigentlich das schon längst zerlegt war diese Theorie und da stehen wir heute leider immer noch auch die ganzen sogenannten Target Therapies nennt man das ja jetzt also ganz gezielt gerichtete Antikörper das ist das sind die Therapien die die Chemotherapie ablösen warum die Chemotherapie hat zwei Nachteile das erste ist natürlich die Nebenwirkungen und das hat man früher gut in Kauf genommen vor 20 30 40 Jahre ja man hat es in Kauf genommen weil man in die Köpfe der Menschen gebracht hat okay wenn du eine gute Therapie willst musst du auch gute und viele Nebenwirkungen in Kauf nehmen ja und wenn du nicht viele Nebenwirkungen hast dann taugt die Therapie nicht das ist etwas was wirklich in der großen Rente von vielen Menschen abgelegt wurde durch die ganze Werbung sage ich jetzt einmal der Pharma Lobby so und das hat sich einfach bis heute nicht geändert ja das ist immer noch da drin und und dann hat sich das einfach durchgesetzt dass man Tumore zerstören muss es ist immer ein Krieg ja es ist ein Krieg gegen den Körper es ist ein absolut ich meine wenn wir mal ehrlich sind es ist ziemlich pervers in der Onkologie ich will mal sagen warum es gibt keine Fakultät in der Medizin die folgende sagt lieber Herr Müller lieber Frau Schmidt damit Sie gesund werden muss ich Sie zuerst einmal ganz ganz arg krank machen also ich schneide in Sie rein ich bestrahle Sie oder ich mache sogar einen Giftstoff in Sie rein sogar Senfgas ja Zyklophosphamid wird ja bis heute noch benutzt ja das Immunsystem wird platt gemacht ja es wird alles platt gemacht und ich meine wenn du heute mit einem sagen wir mal leichten Herzinfarkt ins Krankenhaus kommst ja da kommt ja kein Arzt da her und sagt komm wir machen mal einen großen Herzinfarkt raus und schauen mal damit du gesund wirst ja wenn du heute sagen wir mal einen 200er Blutdruck hast da geht ja kein Arzt her und sagt so jetzt machen wir mal drei Monate dass du einen Blutdruck von 300 hast also ich muss sie zuerst mal viel kränker machen damit du gesund wirst das gibt es wirklich nirgends außer in der Onkologie da ist es heute gang und gäbe zu den Patienten zu sagen wir machen sie zuerst mal furchtbar krank weil nur so können sie gesund werden ich habe natürlich noch einen Dutzend Fragen aber die Zeit läuft mir davon letzte Woche war eine Patientin da und wurde eigentlich gesund trotz Chemo und Bestrahlung das müssen wir natürlich auch noch ein bisschen ausdiskutieren miteinander aber letztendlich hat sie auch gesagt es wäre ihr lieb gewesen man hätte zuerst über das Milieu gearbeitet jetzt erst im Nachhinein weiß sie vieles mehr oder hat vielleicht auch dein Buch gelesen wir haben jetzt in dieser ersten Sendung einen Anstoß gegeben über diese Mutationstheorie dass die Weissgott widerlegt ist man muss vielleicht das eine nicht lassen aber das andere sollte man unbedingt dazunehmen nämlich das Milieu zu betrachten und hier haben wir ja wirklich in der Selbstverantwortung unglaublich viele Möglichkeiten auch darüber müssen wir reden für die Zuschauer die jetzt Cut machen weil die Senderzeit vorbei ist denen müssen wir jetzt etwas auf den Weg geben ist schon so in deinem dicken Schinken wo du da mal geschrieben hast über Krebs ist eigentlich alles drin? ja also in dem Buch Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe habe ich natürlich bewusst gewählt diesen Titel da ist im Grunde genommen das 3E Programm beschrieben 3E steht für Ernährung Entgiftung und energetisches Arbeiten deshalb 3E da ist das meiste beschrieben wir haben ein Zentrum in der Nähe von Stuttgart das 3E Zentrum und es gibt in Deutschland auch eine Vereinigung die heißt Krebs 21 wo Menschen sich auch hinwenden können wir haben dort eine Hotline und Menschen können einfach wenn sie sagen wir möchten vielleicht einen anderen Weg gehen wir möchten nicht unser Immunsystem zerstören oder aber was natürlich der Fall ist ganz ganz viele Menschen kommen zu uns die einfach enttäuscht sind von der Schulmedizin und die Täuschung war natürlich dass die sehr erfolgreich ist aber das bemerkt man halt erst wenn der Tumor entweder nicht weg geht oder in extrem kurzer Zeit wiederkommt und dann fangen die Menschen erst an zu überlegen stimmt es denn eigentlich was die alle mir erzählt haben aber es gibt ja Statistiken die man ja alle lesen können wie erfolgreich man ist nach fünf Jahren wer ist noch rezidiv frei und wer ist schon verstorben oder die Zahlen sind ja da und die sind nicht so ermutigend also bei Zahlen ist meine Erfahrung dass weniger als 10% der Patienten sich mit Zahlen auseinandersetzt es ist einfach so ein Arzt sagt dann immer zum Patienten Herr Müller wenn Sie das machen haben Sie 70% Chance wenn Sie das machen 40% wenn Sie das machen 90% Tatsache ist das ist wie in der Computerindustrie es gibt nur einzelne Nullen entweder ich überlebt das Ding oder ich sterbe der Patient hat da eigentlich nur Angst diese Zahlenspielereien das ist unglaublich wie die gleiche Statistik von fünf verschiedenen Ärzten ausgelegt wird also da kommt jeder wenn er die gleiche Statistik liest komischerweise dann auf etwas anderes meine Erfahrung ist dass Patienten sich ganz ganz selten es sind so Menschen die hochstrukturiert sind sagen wir mal Ingenieure Banker oder sowas diese Menschen die schauen sich Zahlen an aber das ist einfach ein kleiner Teil die meisten Menschen vertrauen einfach durchaus teilweise zu Recht ihren Ärzten aber ich sage immer wissen Sie wenn Sie eine Therapie machen dann kaufen Sie diese Therapie entweder Sie bezahlen Ihren Arzt direkt oder aber Sie bezahlen das indem Sie viel Geld an die Krankenkasse bezahlen aber machen Sie doch den Mindestanspruch wie wenn Sie ein Auto kaufen oder eine neue Küche oder einen neuen Fernseher da gehen Sie ja auch nicht irgendwo in den Laden und sagen ich brauche einen Fernseher gebt mir das oder ich brauche eine neue Küche oder ein neues Auto da informieren Sie sich da schauen Sie was möchte ich denn da schaue ich was gibt es denn für andere Dinge und ausgerechnet bei Krankheiten machen das die wenigsten Menschen wir delegieren halt die Verantwortung für unsere Gesundheit aber jetzt muss ich wirklich zum Schluss kommen Fazit liebe Zuschauerinnen und Zuschauer wir haben gehört es gibt eine Hotline es gibt Möglichkeiten sich auch eine Zweitmeinung einzuholen eine andere Sichtweise einzuholen und dann einfach die verschiedenen Logiken selber mal zusammenzufassen und dann zu entscheiden was ist mein Weg zur Heilung was will ich gehen will ich mal vielleicht mit einem einfachen Weg übers Milieu anfangen oder gleich mit den Kanonen auf Spatzen schießen was ist mein Weg bitte lassen Sie sich einfach alternativ und auch ganzheitlich mal informieren bevor man richtig loslegt und das Buch von meinem Studiogast das kann ich Ihnen wirklich noch von ganzem Herzen empfehlen einfach auch mal als Sichtweise anzuschauen durchzulesen und dann einfach bestärkt einen Weg zu gehen der ganzheitlich ist und so dass Sie bald wieder gesund sind in diesem Sinne danke ganz herzlich fürs Zuschauen alles Gute bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander und auf Wiedersehen Tschüss bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020